Was gibt Banns, Alter? Wir merken jetzt... Ja, dann müssen wir das auch ernst nehmen, also wir bannen Bruiser. Wenchen? Alle. Ach, das ist doch DIE Bannphase, Jesus Christ! Ach Gott, Alter! Das ist ja noch abwechselnd, das ist ja Steinzeit! Uiuiuiui! Hu... Nein, Lafie. Game of Monza 20. Da ein Stechgeste... Tolles Kaling-Trik-Team. dass die leute nicht so kernbehindert sind wie die vom letzten mal hoffentlich nicht ich weiß nicht wie sie mir anwenden also ich ich auf jeden fall auch jeden sonntag mal ringt spielt und bei mir ist das nicht so 3 noch eine frage warum hast du dabei weil es auch sind ja ja da ist doch dann judge me du wirst du zehn feite den vielleicht die hat halt hier dabei was macht die frau was ist gesehen konkurrent ich würde mal nicht kapiert diese frau sorry für das war keine absurde das glaube ich denn nicht ich glaube ich habe sogar xp ich bin trotzdem gestorben sind jetzt vier leute vier leute genau ich komme ich komme auch die dumme faggot die dumme faggot hat sie gedacht da muss ich glaube ich einen förmlichen complaint einreichen sehr schön leute das rank gewinnen war ja hier ist noch ein typ hier ist so ein typ der viel zu schnell ist vielen dank ist so ein hässlicher ausländer ne leute ausländer raus ich hätte vielleicht auch nur tanken sollen das wäre eine option gewesen ok du bist ein schnack ich glaube ich habe leute ihr müsst alle tods machen der wild ist aus das gelegen ist einfach ok konkurrent fucking was denn ich komme kein da ist ein außerwand geholt der matrix sind die alle die spiel 3 gegen 3 ring ich habe ihr leben aufgegeben was der matrix der kenne ist auch kacke ja leute jetzt ist ein zeitpunkt gekommen net gedouble killed werden für das regelt das mit seinem gift ich würde bis heute gleich ist auch einfach nur durch die gegend und mal ich wollte den top lanter was blatt und so ist wichtig kommt alle fünf minuten mal gefühlt tatsächlich ist renkt dafür aber jetzt gibt es nur noch die flex da können wir unserem namen gar nicht volle ehre machen oder bitch du kannst mich nicht feiten ich feite dich das ist in den top tower hier du machst es dort oder hast du dir was ich hatte es locker kollege brand halt mich noch mal aber wie geht es uns brand die spales müsste man noch treffen ja 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 die video ist oh mein gott du tust fast 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 jetzt ist es überlegen sie ja nice philip bist du eigentlich ich bin jetzt davon beruf ich mach das professionell das klingt jetzt nett nett ich bin kein freundes mein leben ist nur nötig aber ich habe eh du machst guten schaden das gefällt mir das war ein power play das war sehr trist philip du regelst das oder? ja klar machst du wieder ein double was ist mit uns nicht? alter bester cinch der welt riecht dir das? das riecht dir an einem gas leck uiuiui alter was ist los bei dir? du rasierst toll ich habe auf dem boden gejizzt alles gut wir fighten hier sehr aggressiv passt mir schon auf leute passt auf und dann sterb ich selbst das ist natürlich optimum der hat kein blue mehr also der hat kein banner mehr warte da muss ich noch mal hingehen also die haben uns gejetzt leute jetzt ist das game verkackt gehts aber hart jetzt spielen wir wieder normal ach so jetzt können wir wieder serious spielen haben wir vorher nicht normal gespielt warst du nicht irgendwie negativ? ich spiel OP OP U dir eigentlich kann ich gar nicht negativ spielen ja anschein doch ja ich gebe euch die ganzen kills daran liegt es einfach ja mit 1,2 assist hoppa bis jetzt achso mit dem winifred oh jetzt da hat es aber verkackt verkackt immer ich bin auf dem weg sie konnten go item ich bin am goen ich habe ihn gesmythet leute ich habe ihn gebase gecheckt easy sorry ich habe keine ult ich kann nicht aufleihen ich bin auf dem weg die frau hat einfach gelutscht außerdem haben wir waldemar der gibt uns buffs warte wir müssen sie wir müssen sie tilten also das ist ein ranked team game das weißt du gell ja weil ich ziehe sie raus nein mein ich habe mich habe gemisst klickt aber ich mach das schon ich mag noch even stehen also komm her danke ich mag noch positiv stehen also komm her schon jawoll du hast die geist penta ich sag ja oh mein gott dieser modus ist einfach ein scherz alle ich bin iron 4 ich auch ja ja ich habe mich auch einfach ein s plus bekommen das spiel war sichtlich beeindruckt habt ihr auch alle 72 lp ja 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 wir machen jetzt eine schwur wir dürfen nur zutritt ja 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 Ja, okay, ja.